Mit dem Pkw, dem Bus oder wo es möglich ist, arbeiten im Homeoffice. Vor dieser Frage stehen aktuell wieder viele Pendler vor ihrem Weg zur Arbeit. Seit dem 24.01.02 Uhr hat der Streik der Lokführer-Gewerkschaft auch Auswirkungen auf die Bahnlinien zwischen Ortrand, Cottbus und Berlin. Einige Verbindungen fallen aus oder werden nur auf Teilstrecken bedient. Fahrenzüge kommt es teils zu Verspätungen. Eine Alternative, zumindest im Nahverkehr, sind die Regionalbusse. Aufgrund ihrer Linienführung und der zahlreichen Haltestellen müssen Nutzer jedoch deutlich mehr Fahrzeit einplanen. Die aktuellen Fahrpläne und Veränderungen finden Sie auf der Internetseite des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg.